Das ist der ganz neue Dampfdrache 23150 in der Family Edition und damit deutlich günstiger als der größte Bruder. Den testen wir heute, viel Spaß beim Video, los geht's! Schauen wir erstmal rein, was ist hier bei dem kleinen Bruder in der Lieferunfang alles dabei. Wir sehen einmal, das Teil kommt wie immer ordentlich gut verpackt, wie man das kennt. Hier haben wir natürlich schon ein bisschen Flüssigkeit dabei, die wir nachher brauchen werden. Ein langes Stromkabel sehe ich schon und dann haben wir hier auch schon den kleinen Drachen. Zack, so sieht der aus, noch verpackt. Und natürlich haben wir bei dem auch einiges an Zubehör mit dabei. Wir sehen hier einmal eins von diesen ultraweichen, coolen Tüchern. Dann haben wir hier natürlich den Schlauch, der ist ein bisschen kürzer als bei dem großen Bruder. Dann haben wir hier einen Aufsatz, sodass wir ihn auch als Bodenreiniger beispielsweise benutzen können. Genau, nämlich mit dieser Düse hier. Zack. Und natürlich haben wir auch dabei, die kennt ihr bereits aus meinem Video vom großen Bruder, diese verschiedenen Aufsätze hier. Sehen wir hier mit den Borsten und diese hier. Und dann natürlich auch noch die Dampfdüsen. Das Display ist an, ich habe den schon hochgefahren. Wir haben keine Einfüllflasche dabei, wie bei dem anderen. Dafür nehme ich jetzt hier einfach mal von Sonax meine Füllflasche, die ist dafür ideal. Wenn ihr ihn zu Hause habt, nehmt einen Trichter, nehmt eine Flasche. Das ist jetzt kein Problem, um jetzt hier kleckerfrei das Wasser einzufüllen. Zack, und ab dafür. Von der Bedienung, vom Anschließen her, ist das wirklich vom Konzept her genauso. Und hier könnt ihr mal reinschreiben, ich hatte das angesprochen. Dieses Kabel hier hat 2,7 Meter und ich glaube es sind 3,2 Meter bei dem großen Bruder. Und es gibt den einen oder anderen kleinen anderen Unterschied. Wenn ich einen Vergleich zwischen den beiden mal machen soll, schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Dann würde ich da nämlich noch ein zweites Video machen, wo ich euch die Unterschiede zeige. So, und wir sehen das auch von der Bedienung her, ist das genau wie bei dem großen Bruder mit den zwei Knöpfen und hier mit dem roten Auslöser. Probieren wir es auch direkt mal einfach hier an einer wirklich minimal leicht verschmutzten Fußmatte gemeinsam auf. Wir kleben uns die, ihr kennt das, zur Hälfte ab. Und schauen dann mal, was wir hier auf der einen Seite an Verschmutzung oder auf der rausholen und auf der anderen eben nicht. Also von der Funktionsweise, wir schalten das Gerät an, so und dann ist der Steamer noch öfter, aber der Boiler geht an. Das heißt, der kocht jetzt das Wasser erstmal erwärmt ist auf, ich glaube 150 Grad, die der hier schafft. Und dann können wir damit arbeiten. Ich denke mal, das hört ihr jetzt richtig gut. Der läuft jetzt hier an, das dauert immer ein paar Sekunden und Steamer ist noch auf. Den brauche ich jetzt ja noch nicht einschalten, das mache ich gleich. Warte noch ein Momentchen und dann ist er gleich komplett erhitzt, sodass wir loslegen können. Okay, er ist fast fertig. Er ist angekommen bei einem Druck von 5 Bar. Jetzt ist er auch fertig. Er ist fertig. Einen Druck von 5 Bar hat er bei einer Temperatur von 150 Grad. Und legen wir los. Ich habe ja bereits durch die letzten Male gelernt, wir sprühen jetzt quasi, sag ich mal in Anführungsstrichen, und dampfen jetzt in diese Richtung. Also sollten wir auch jetzt zum Beispiel hier ein Tuch hinlegen, je nachdem wie viel Schmutz da ist, damit man das schon auffängt, wenn das ein bisschen gelockert wird. Von der Bedienungsanweisung hier, das ist der Steamer, den schalten wir hier mit auf On und dann ist er direkt auf der ersten Stufe und wir haben in der Stärke drei Stufen. So und wenn ich dann loslege, beim ersten paar Sekunden, da kommt ein bisschen Feuchtigkeit mit raus, wie ihr sehen könnt. Und dann fängt es aber an, wie man sehen kann, dass der Dampf jetzt rauskommt. So und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, das Ganze noch ein bisschen stärker einzustellen. Wenn ich jetzt in die zweite Stufe gehe, oh, da kommt schon ordentlich mehr Dampf. Und auf der dritten Stufe, da geht es dann richtig rum. Boah! Das Tuch liegt hier, um den Schmutz aufzufangen, den wir jetzt lösen. Und dann legen wir direkt mal los. Ich sprühe den jetzt mal hier so ein bisschen raus. Und das Schöne daran ist ja, der Dampf, der hebt dann, sieht man hier jetzt richtig gut, auch die Fasern so ein bisschen an. Das ist halt wirklich eine geile Nummer. Und man muss halt auch wirklich keine Kraft aufwenden oder sonst was in der Richtung. Das geht halt mal so ratzfatz easy aus dem Handgelenk. Wenn wir jetzt hier die großen Aufsätze mit der Bürste nehmen, können wir natürlich auch hingehen. Und das Ganze so machen, sodass wir jetzt beim Bürsten ja auch noch, guck mal, was hier drin ist. Man dachte ja, da wäre jetzt nicht so viel Schmutz drin. Aber man sieht, hier sind ja jede Menge kleine Körnchen, Sandkörner oder was das auch immer ist drin, die wir nämlich hier durch den Dampf und die Bürste in Kombination richtig gut lösen und dann auch rausholen aus der Kiste. So, jetzt nehme ich die wieder ab und guck mal, wie ich die Fasern jetzt richtig schön gelöst habe in der Kombination. Sehr geil. Und hier, wenn ich jetzt mal die Hand hier hinhalte, das ist Trockendampf. Das ist Trockendampf. Das ist halt nochmal was anderes als mit Nassdampf. Wenn wir jetzt hier den Kleber abziehen, da sieht man natürlich ganz klar, wir haben jetzt eine gute Reinigungsleistung erzielt und das ohne jegliche Chemie sonst was irgendwie dabei und haben jetzt hier natürlich noch ein bisschen unordentlich, da muss man nochmal ein bisschen hingehen und das Ganze dann auch mit dem Tuch hier nochmal so ein bisschen nachgehen. Zack, den gelösten Schmutz, der noch nicht komplett raus ist, der aber hier nebenbei gesagt hier liegt. Zack, dann haben wir nämlich ein ganz, ganz nettes Ergebnis. Also ich bin ein richtiger Freund davon, mir macht das richtig Spaß. Ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Das funktioniert ideal. Und so ein gelöster Schmutz, den man im Tuch hat, der sieht dann so aus. Ja, der Boiler läuft wieder an, denn wenn ich das auf der anderen Seite hier mal mache, da sieht man, nein, da löse ich den Schmutz nicht. Den muss ich erst lösen. Das heißt, hier muss ich hingehen. Erstmal mit den Daten hier den Schmutz lösen. Jetzt nehme ich wieder das weiße Tuch, kann hingehen und jetzt den Schmutz rausholen. Das ist halt eine geile Nummer, Leute. Das macht halt richtig Bock. Und dann sieht das Ding wieder richtig gut aus. Die Fasern sind wieder schön gelockert. Ideal. Und das kann man natürlich perfekt machen, indem man hingeht und dann auch nochmal die Würste benutzt. Also kann man auch noch eine schöne Runde drüber gehen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten und Andennungsfelder auch. So, wunderbar. Nehmen wir jetzt mal hier die neue weiße Stelle vom Tuch. Und dann holen wir wirklich so viel Schmutz raus. Und du dachtest eigentlich, ja, die ist ja nur so ein bisschen leicht dreckig, die Fußmatte. Im Endeffekt, da ist schon einiges an Schmutz drin, wie man sehen kann. Fazit, meine Freunde. Der Dampfdrache hier in der kleineren Variante steht seinem großen Bruder so ziemlich in nichts nach. Ich denke, wir müssen auf jeden Fall einen Vergleich machen, wie er im direkten Vergleich halt aussieht. Weil so, ich hätte es jetzt nicht sagen können, wenn ich den jetzt blind benutzt hätte, weil der wirklich genau so ordentlich Power hat, gut verarbeitet ist. Man sieht das ja hier, also da ist ja ein Boiler drin, wie gesagt. Aber wenn ich jetzt hier hingehe und einfach so mit der Hand hier das Ganze auch anfasse, da ist ja ein spezielles Gehäuse drumherum. Ich verbrenne mir nicht die Finger oder ähnliches, so ein bisschen warm hier vorne. Ne, auch nicht. Also hier wird auch auf Sicherheit geachtet. Ein sehr, sehr geiles Gerät. Hinten auf der Rückseite seht ihr, ideal hat man die Möglichkeit, das Kabel sauber aufzuwickeln. Das ist ein ordentliches Gummikabel, also schön flexibel und nicht so ein starres Plastikding einfach. Der Anschluss hier vorne ist genauso wie bei seinem großen Bruder ordentlich gemacht, sodass da keine Probleme auftreten. Von der Bedienung her ebenso kinderleicht wie mit dem großen. Ich würde sagen, ich mache auf jeden Fall noch einen direkten Vergleich zwischen dem großen und dem kleinen. Freut euch drauf. Und falls ihr euch für den hier interessiert, der ist wie gesagt nochmal eine ganze Ecke günstiger. Könnt ihr euch angucken, ist unterhalb des Videos verlinkt. Und mit dem Gutscheincode 83MITU bekommt ihr den nämlich nochmal eine Ecke auch noch günstiger. Ja, schreibt eure Meinung gerne dazu unten rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Bis zum nächsten und ciao. Also Micha, das ist jetzt dein Paten. Bitte eine Bestandsaufnahme. Super, wie heißt du eigentlich? Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding-Ding.